ja hallo mein name ist christian hemmschemeier ich bin paartherapeut in hamburg und dieses mein video blog rund um die themen dating beziehung und liebe ja das thema heute wird sagen wie viel kompromisse sollte man eingehen in der beziehung erstmal kann man sich überlegen wie viel kompromisse sollte man überhaupt bei der partnersuche eingehen aber dann mache ich glaube ich noch mal ein extra video darüber erstmal die frage in einer beziehung wie viel kompromisse sollte man da eingehen und ja ich muss sagen ich bin nicht so ein großer freund von kompromissen das problem ist ich nehme mal ganz gerne als drastisches beispiel einer steht auf oralverkehr dann auf banalverkehr und man einigt sich auf missionarstellung nicht dass da irgendwas dran schlecht wäre aber das ist kein guter kompromiss also beide verzichten eigentlich auf das was sie wirklich wollen und man macht so eine komische durchschnittsbildung die eigentlich letztlich der kleinste gemeinsame nenner ist oder anderes beispiel der eine sagt hey ich will dich fünfmal die woche sehen der andere sagt ich will dich zweimal die woche sehen was bringt es da mittelwert zu bilden von dreieinhalb mal die woche sehen wenn der andere da einfach keine lust so hat also wenn das einfach nicht fühlt dass er den anderen so oft sehen möchte also ich sag mal so oberflächliche kompromisse im sinne von ich drücke dich jetzt irgendwas rein was du eigentlich vielleicht gar nicht willst oder zum beispiel also nicht zehnmal monat sechs einmal monat sechs was bringt einem da eine durchschnittsbildung bin einer einfach keine lust hat mit einem so oft zu schlafen also so einfache kompromisse auf der ebene halte ich überhaupt nichts von das ist letztlich einfach so eine so ein mischmarsch man versucht sich aus der affäre zu ziehen wobei es eigentlich darum gehen würde und das finde ich schon viel spannender die sachen wirklich auszudiskutieren also ich rate immer dazu möglichst lange bei den eigenen positionen zu bleiben und und die nicht zu schnell zu räumen weil dann kommt man in so einen kommunikativen prozess rein der wirklich lösungen höhere ordnung bringen kann also lösungen die wirklich tiefer kommt man sich als paar besser versteht wo man den anderen besser versteht wo man vielleicht wirklich versucht lösungen zu finden wo beide auf einem hohen niveau sind wo beide das bekommen was sie eigentlich wollen das ist manchmal schwierig bei so krassen themen wo scheinbar überhaupt keine lösungen gibt wie kommt man jetzt ein kind bekommt man kein kind wollen wir münchen wollen wir in hamburg wohnen aber die erfahrung zeigt dass ich ernsthafter mal und wie intensiver man in so einen prozess reingeht umso mehr ja umso mehr informationen bekommt man umso mehr erfährt man zum beispiel warum der eine vielleicht überhaupt diese und jene position hat und was ihm genau daran wichtig ist und dass man vielleicht das was ihm daran wichtig ist auf eine andere art auch erreichen kann also dann entstehen wirklich ich finde dieses beispiel von so einem schnellkochtopf ganz gut also man macht den topf zu das heißt die partner können nicht raus aus dieser situation man macht unten die herdplatte an das heißt man geht in so einen kommunikativen prozess rein ohne schnell seine position aufzugeben und dann wenn er nicht der ganze schnellkochtopf um die ohren fliegt entstehen wirklich völlig neue sachen also völlig neue verbindungen in diesem kochtopf die vorher einfach nicht da waren und dafür braucht es eben diese intensive auseinandersetzung ich hatte mal so ein paar da ging es um das thema in münchen oder in hamburg wohnen und es gab für beides gab es super gründe die hatten auch ein kind also das war jetzt auch nicht so dass man einfach gesagt hätte wo man halt auseinander und wir haben ja ganz lange drum gerungen ich weiß noch da haben wir auch so ein inneres team aufgestellt nach schulz von tun das heißt so verschiedene anteile in einem die sagen da gab es zum beispiel so einen abenteurer und familienmenschen und jemand der unbedingt ein kind haben will es gibt ja so verschiedene stimmen in einem und die haben wir alle aufgestellt wie auf so einem fußballfeld und haben da überlegt was jetzt die beste mannschaftsaufstellung von den inneren stimmen die jeder hat um dieses problem zu lösen war ein ganz spannender prozess und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern aber die hätten dann auch eine relativ komplexe lösung gefunden von ja das schon mal in der einen stadt gewohnt wird aber einer von den beiden in der anderen stadt drei tage die woche arbeitet den rest im home office am gemeinsamen wohnort also sie hatten wirklich eine lösung gefunden die die wünsche von beiden die sie hatten die wir dann herausgearbeitet haben ich ganz gut erfüllt haben aber das war dann der endpunkt von wirklich am wochenlangen diskussionsprozess mit einigen sitzungen dann auch bei mir und aber wie gesagt das kommt man erst wenn man diese energie rein bekommt ansonsten in so einem alltäglichen leben also ich kann eigentlich immer nur wieder euch beraten auch wenn es um sowas lapidares geht das machen wir am wochenende also ich habe wirklich viele paare die sich vor allem die frauen die sich beschweren die sagen jemand macht keine vorschläge der blockiert nur oder macht einfach alles mit also ich kann eigentlich nur raten sich wirklich zu überlegen was würde ich jetzt gerne machen wozu hätte ich lust und dazu den anderen irgendwie einzuladen und nicht in seiner verquirlten symbiose dazu hängen und sich vertreiben zu lassen und gar nicht mehr zu überlegen wozu hätte ich jetzt eigentlich lust hauptsache ich kann mit meinem partner zusammen sein und hauptsache wir dümpeln da durch den abend oder dieses wochenende also ich kann euch wirklich nur raten weil ich wirklich was ihr wollt der partner natürlich am besten auch weil dann stehen immer diese kleinen reibungspunkte die so eine beziehung spannend machen und wenn man das immer nur weg drückt und immer nur sagt ja jetzt mal wieder vom fernseher und gucken was weiß ich dschungelcamp teil 87 was natürlich mal spannend sein kann aber wenn es jeden abend dafür das gleiche ist ja dann tritt so eine langeweile ein man führt nicht mehr diese ganz kleinen mini konflikte mini spannungsgespräche und dann wird die beziehung langweilig und dann geht einfach nicht mehr zusammen ins wett und so weiter und so weiter und so weiter also haltet die beziehung spannend dadurch dass ihr ja wirklich überlegt was ihr wollt und auch den partner auf so liebevolle art durch mit dem auseinandersetzt und haut ruhig mal ein ding raus sagt mal ich würde gern mit dir in inka trail in peru gehen oder was weiß ich bringt ruhig mal eine sache ein wo der andere auch mal gucken muss ich erst mal mit auseinandersetzen muss ich erst mal tief reinatmen also macht die beziehung spannend durch ja durch dass wir wirklich mal dinge tut oder andere vielleicht überrascht ist überlegen muss sich auseinandersetzen muss weil das ist irgendwo das salz in der suppe ja wenn euch dieses video gefällt kommentiert es gern teilt es gern liked es gern auf eheberatung.info wie immer alle weiteren informationen wenn ihr meine persönliche hilfe in anspruch nehmen wollt per skype e mail persönlich natürlich und ein fragen eheberatung.info könnt ihr fragen an diesen newsletter schicken und auch über ein formular auf meiner website und für kurz entschlossene geht die paartherapie ausbildung diese woche los wobei ich glaube wenn das video rauskommt ist gerade noch ein paar tage hin also falls da noch jemand interesse drin hat gibt es noch einige wenige plätze ja wir werden uns bald wiedersehen bis zum nächsten Mal